La Orana, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Meri Tahiti und ich starte dieses Jahr 2022 zwei Projekte mit Orita Hiti. Einmal den Movement of the Moms. Jeden Monat gibt es ein neues Video, eine neue Technik. Wir hatten jetzt schon für Januar den Otamu, für Februar den Tamau und für März den Ami. Und aus diesen drei Sachen gestalten wir heute eine kleine Kombi für euch. Und das ist ein spezielles, speziellen Frühlingsgruß von Orita Hiti mit mir an euch. Also viel Spaß, macht einfach mit, bis gleich. Grundhaltung, wir fangen an mit Tamau. Nice. Ótimo, forte. Zurück. Tamau. Nehmt die Fersen mit. Ami. Weck sie in die Seite. Beige. Unterhob. Beine öffnen, schließe gefolgt. Bersen bleiben am Boden. Tamau. Ami. Wechsel die Seilchen. Schließ die Füße unter den Boden. Besucht mal der weinsten Laufwände. Vorrück, 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 vorrück. Sech, schau auf. Lauf, vier, laufe. Achtung, kreis. Sein. Wechsel. Zwei. Wechsel. Tamao. Hochrücken. Wechsel. Wir gehen ab. Nochmal. Bleibt unten. Einen Arm hier unten. Wenn ihr könnt, sonst macht ihr einen Tamao. Oder bleibt nach unten. Wieder hoch. Auf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ruf. Achtung. Rotter hoch. Perfekt. ives. Tamao. Gri。 Laufle. Rohe. Tamao. 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 Kreis. Und tamo. Lass das Bein aufgestimmt. Wechseln. Mahou. Mahou. Viel Spaß dabei.